Boah, die kommen auch hinter uns. Ja, die drücken ein bisschen. Schild. Ah, ich bin auch down. Fuck. Fuck, ich bin down. Ich auch. Ah, fuck, schon wieder nicht, ey. Och, ey. Ey, das ist so heftig. Müssen wir es wieder wirklich von ganz vorne machen? Ja. Boah, das ist heftig, ey. Das ist so heftig. Was ist das? Ey, das ist nur zum Lachen eigentlich, ey. Boah, wie heftig und wie lang die dauert, die Scheiße, ey. Man kann sich auch noch keine neue Pistole oder so aussuchen. Immer noch nicht. Ne. Boah, ist das heftig, ey. Oh, das ist schon wieder den ganzen Dreck, ey. Tun mir leid, also. Das ist schon wirklich deprimierend ein bisschen. Und du kannst echt nicht auf leicht stellen? Ne, kann man nicht. Nur, nur schwer, ne? Mittel und schwer, ja. Scheiße, ist ja so leicht. Die Mission ist ja so leicht. Sollen wir die vielleicht überspringen? Kann man nicht. Kann man ausgehen, aber ist doch scheiße. Man muss das schon schaffen, ey. Ja, aber wenn wir zehn Wochen daran brauchen, dann irgendwann schon. Ne? Ich habe jetzt auch keine Lust, 20.000 Versuche zu machen, irgendwann mal. Boah, fuck, ey. Wenigstens haben wir es schon mal ins Haus geschafft. Ja, aber auch, ne? Übrigens, ihr braucht gar keine Munition, um die Bullen auszuschalten. Warum? Ihr könnt ja auch einfach totschlagen. Ja, klar. Aber nicht, wenn da fünf Stück stehen. Scheiß auf Zivilisten jetzt, ey. Wo viele hier schon wieder sind, ey. Ist doch unnormal. Ich habe immer das Gefühl, es werden immer mehr. Nach jedem Mal, den man stirbt, wird es immer mehr. So, mal ganz hinten auch wieder. Fuck, der rutscht runter. Alter, der rutscht runter, ihr. Alter, was ist denn los, Alter? Ich kann da nichts machen. Oder? Und tschüss. Gleich ist er weg. Komm, komm. Nee. Oh? Ich mache schon. So. So, Heli. Oh, wieder auf ein neues. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal wieder hier hinten und zwei, die beiden Transporter bewachen. Das gibt es doch nicht, ey. Vier Schüsse auf einen so einen Typen. Ich sage, er ist ein bisschen komisch, das Ganze, ey. Die verbreiten so viel Damage, ey. Das ist doch unnormal. Da ist jetzt gerade einer, so wie ein Matrix, äh, ein LKW hochgesprungen. Okay, eine Bohrmaschine ist aus, Rad. Stürmangriff, yay. Das freu ich mich. Ich rohmaschine jetzt wieder an. Ach, also Munitionspackets. Aber da ist schon eins gelegt. Okay, ich lege meins noch nicht. Patrick, du auch noch nicht deins. Dass wir wirklich bis ins Letzte das ausschöpfen, ey. Sonst ist wieder kacke. Aber da kamen aber auch gerade viele. Alter, das war heftig. Wie lange dauert es noch? Wacht, im hinteren. Äh, 155. Hä? Vorne ist einer rausgegangen. Oh, Wulf, ey. Wulf. Ey, der rollt sich die ganze Zeit weg hier. Ah. Wulf, jetzt komm doch mal. Ah, hinten ist die ganz aus. Muss wir hinlaufen. Und ist wieder an. Jetzt ist die andere aus. Hier vorne ist bei dir. Boah, Hilfe. Oh, die stehen auch immer wieder auf, ey. Klar. Klar. Kam's ja. Also ich krieg hier einen nicht an. Vorsicht, da ist ein Heli, aber ich kann grad nicht. Bei mir sind auch Leute. Ah, Stromtyp. Okay, ich mach die Maschine wieder fertig. Ich sag, was läuft. Ich hab keine Manition mehr. Ja, okay. Mach's aber nicht in der Feuerdeckung. Mach's irgendwo hinterm LKW am besten. Ist doch. Ist, okay. So, warte mal. Wie lange ist hier noch? 48 Sekunden und ganz hinten. Mal gucken. Steht doch nicht mehr auf. Oh, Wulf, du. 79. Okay. Echt, ey. Dann läuft der mit genauer Schussbahn. 60 ist hier noch. Boah, ich komm mal zu dir. Ich muss mal kurz ein bisschen Munition mir aufladen. Ja, mach. Ey, dann rollt sich Wulf genau in meine Schussbahn. Gut, ist leer. Okay. Müssen wir auskommen jetzt. 14 Sekunden, der eine in der Mitte. Fast. 10 Sekunden nur noch. Jetzt geh ich mal... Ah, ist wieder rot da hinten. Er ist, glaub ich nicht. Wir haben ganz vorne noch 37. Weißt, sie haben so viel Geld. Die sollen sich mal vernünftige Sägemaschinen kaufen, ey. Ohne Spaß. Ist doch scheiße. Okay, einer ist offen. Ist er drin? Warte. Ja, hier ist er, hier ist er. Ist er schon? Echt? Ja. Ja, da ist er. Okay, dann scheiß drauf. Komm sofort nach vorne. Der lässig aber auch. Aber jetzt läuft der. Okay, komm, komm. Wieder durchlaufen durch die ganzen Munitionssachen hier. Schnappt, genau. Schnappt euch die Munition. Ich bin voll. Okay, bis jetzt ist noch... noch keiner. Da kommst du erst hin. Jetzt lauf. So. Ich bin wieder an einer Stelle, wo wir vorhin auch waren. Die waren, glaub ich, am geilsten. Oh, sollen wir schnell reingehen? Jetzt kommen sie erst. Komm, wir versuchen es. Ja, aber der Typ. Wie lange wird er Deckung helfen? Ah, der kommt da hinten erst. Oh, jetzt... Ah. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Hä? Von wo werde ich denn beschossen, Alter? Ab vom Haus. Okay, er ist drin. Er ist drin. Komm, wir auch rein. Ein Schill kommt von der einen Seite. Okay, er ist kaputt. Okay, komm nach oben, ja. Oh, wo läuft er? Ja, der Typ. Aber er bleibt da wieder hocken. Ey, der Wichser. Boah, komm doch mit. Du Wichser. Komm, 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 komm. Okay, er geht nach oben. Komm jetzt hoch. Oh, oh. Strom, Strom. Irgendwo Strom. Oh, Leute, jetzt... Nicht ihr, sondern der Typ. Oh, dann nimmt er die andere Treppe. Schill, schill, schillt bei mir, wo der Typ ist. Ah, Wolf ist gerade betäubt. Der Typ läuft nicht weiter, weil hier... Oh. Wolf ist... ...down. Ich kann den Typen leider nicht holen, weil da ist ein Schild. Lass... Los, komm, komm, komm. Oh, fuck, Alter. So, da, bist du? Ja, ich bin auch down. Weil hier bin ich hierbei. Und, was, du? Ich schlöte bei dem Typ hin. Okay. Der Typ ist doch bekloppt. Wieso läuft der jetzt hier im Kreis? Weil er dumm ist einfach nur. Okay, jetzt wieder die gleiche... Los! Schlitzauge, ey. Okay, sie kommen jetzt hoch schon. Ja, aber hier oben... Muss man noch irgendwas jetzt aktivieren dabei? Nee, vorhin war... Oh, warte mal. Von wo wird denn hier geschossen? Okay, hier oben warst du ja am einfachsten. Aber warte mal. Nimm mal eine Geisel. Nein, nicht erschießen. Warum? Jetzt kommt Wolf nämlich nicht weiter. Wir müssen eine Geisel nehmen. Da ist Geisel, da ist eine Geisel. Okay. Genau, nimm die und dann befreie die wieder. Ja, Patrick macht das gerade. Dann kommt Wolf wohl wieder. Genau, dann kommt Wolf wieder. Das ist so wie so ein Austausch. Fein geht... Ach, da geht's. Ah, cool. So, okay. So, okay. Up. Danke. Sehr schön, Wolf ist wieder da. Wie gesagt, hier oben warst du ja am einfachsten eigentlich. So, soll ich hier oben jetzt vielleicht mal eine Munitionstasche hinlegen, oder? Ja, wir haben noch alle Munition, oder? Ich hab 46. Oh, irgendwo ist ein Sniper, Sniper. Ja, ich wollte schon sagen. Ich sehe ihn. Wolf bei mir. Der Sniper ist aber auch down. Sehr schön. Helikopter kommt. Ah, da. Ich ziehe sie direkt da runter. Wolf, komm du mal zu mir hier. Oh, da muss ich nachladen, ey. Ich glaub's nicht. Oh, das ist ein Sniper wieder auf dem Turm. Patrick? Was? Jo, mach's fort. Hab ihn. So, jetzt komm, du Fluchzeug, Alter. Du hast gerade gesagt, man müsste da irgendwas aktivieren. Ne, das hab ich schon. Hinten ist blamiernd, ist nichts mehr. Das war vorhin einmal gelb. Da war der Ballon schon draußen, aber irgendwie war der immer noch gelb. Da ist er. Kommt er. Ja, sehr schön. Warte mal, wie viel ist jetzt da unten groß? Jetzt geht er, ist hoch. Also, ich hab noch 20 Schuss in meinem Gewehr. Weißt du was, dann leg du schon mal eine hin. Oh nein. Hä? Ah, nochmal machen. Genau, das meinte ich. Das war vorhin bei mir auch passiert. Hab ich. Ja, war nicht hoch genug dann. Ich denk schon, ich hab nen Bug jetzt wieder bei mir drin, ey. So kurz vorm Ende. Dat wär scheiße. Ja. Irgendwer, der schießt hier von oben runter. Jo. Oh. Ey, wo denn? So, den hab ich. Ey, wo denn? Oh Gott, Mann. Komm her, Mann. Oh Gott. Agent, Mann. Ach, da ist schon wieder ein Sniper. Das ist das. Da kommt wieder ein Flugzeug. Jetzt wird der aber auch mitgenommen. Oh, oh, jetzt kommen sie hoch. Jetzt kommen sie hoch. Ist er mitgenommen worden? Ich kann den Sniper grad nicht. Gut, er ist mitgenommen worden. Warte mal. Wer hat jetzt den Munitionspack hingelegt? Gar keiner, ne? Keiner. Noch keiner. Dann mach ich das hier. Also, ich bin wieder voll. Weil ich bin grad Level anders gegangen. Achso, ich auch. Ich nicht. Aber ich denke, ich schaff das noch. Boah, jetzt kommen sie alle hier. Wir müssen jetzt runter, ne? Ja. Okay. Warte mal, von hier oben kann man gut die Straße auch befreien. Okay, dann lass uns mal versuchen. Aber schön. Nö, 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 nö. Dort ist alles voll. Dort ist alles voll. Ja, das stimmt wirklich. Scheiße, jetzt hab ich keine Munition mehr. Wir down. Bisse. Ah, da unten auch. Alter, warum lädt er denn jetzt nach? Erst, ey. Hä? Ich bin da. Ich mach mich eben schnell. Man muss mich nur decken. So. Also, die untere Etage ist erstmal frei. Ich bin schon einen unten unter euch. Ne, hier oben ist noch relativ viel los. Geht das denn? Okay, jetzt nicht mehr. So, hier, komm. Komm runter. Ich bin unten. Ey, ohne Spaß hier draußen ist nichts. Das ist von mir. Komm, ganz schön. Los. Komm, 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 komm. Jetzt kommen sie. Oh, ich hab's so'n Wichser mit Schild, alter. Steckung suchen, ne? Ich wär' dankbar, wenn gleich jemand eine... Ich wollte es, es ist immer noch in dem, äh, in der Gebäude drin. Ich weiß. Oh, ich bin gleich da und ich muss eben Deckung suchen. Scheiße. Alter, was soll der Mist, ey? Ja, wenn... Ich mach' nicht, dann... Ich bin auch in Deck... Ja, so halb in Deckung. Voll, der Schildtyp kommt. So, jetzt, komm, Alter. Dann müssen wir das Schild kaputt machen. So, der ist down. Wie gern würde ich jetzt auch dieses Scheiß Schild nehmen, ne? Hey, Wolf, komm mit mir! Nur 17 Meter, ey, das schaffen wir, komm. 13 bei mir. 13, genau. Aber jetzt sind wieder Nebel. Oh, ich hab' keine Munition, ne? Also, ich hab' weil, der lädt immer nur so Scheiße nach, ey. Soll' ich, äh, stellen? Das ist ein Schild. Ja, mach. Sehr cool. Scheiße. Steht. Ein Schild hab' ich down, ein Schild hab' ich down. Sehr schön. Ich hab' wieder Munition. Boah, was soll der? Das ist auch die Munition. Ich werd' von irgendwo beschossen, aber ich weiß nicht. Ja, von hier? Warte, denkst du, genau. Na, ich bin down. Wo bist du? Boah, knallt ihr erst alle ab? Knallt ihr erst alle ab? Und wenn ich scheiß auf mich? Wenn ich scheiß auf mich, alter, ohne Spaß. Ja, aber nicht, dass wir zu dir müssen, auf dich warten müssen, bis vor die Mission ist. So, ich bin auch down. Bin down. Warte, ich versuch' dich. Alter, mach schon. Was soll der? Wulf, mach, Wulf, mach. In Deckung gehen. Ey, Schild müssen wir unbedingt down. Schild ist down. Okay. Ich bin auch schon wieder fast kaputt. Boah, jetzt komm, Alter, das wär jetzt so mies, Alter, wenn wir's jetzt nicht schaffen. 176 Meter jetzt noch. Da ist noch ein Schild. Was? Alter, ich lauf' einfach. Ja, Ingmar, nein. Schild ist auch... Das meinte ich mir, einfach laufen. Ja, wenn ich scheiß auf mich doch. Ja, bin down. Wulf ist auch down, glaub ich. Patrick versteckt dich irgendwo. Genau. Ja, so lange halte ich hier aber auch nicht aus. Ja, oder mich wiederbeleben wenigstens. Hau einfach ab, irgendwo versteckt dich oder so. Aber ich bin tot. Jetzt muss Patrick alleine durchkommen. Ja gut, drei Minuten. Hallo? Sieben Minuten noch bis zum Zeit zum Fliegen.